Musik Ärger für Katy Perry, 34. Nachdem sie ihre kontroverse Schuhkollektion veröffentlicht hat, halten sie einige Menschen für rassistisch. Nun erklärt sich die Sängerin. Katy Perry sorgt gerade für mächtig Wirbel besser gesagt ihre Schuhe. Die Sängerin hat nämlich eine Schuhkollektion entworfen für die sie gerade einen krassen Shitstorm kassiert. Denn zwei Paare ihrer Katy Perry Collection halten viele Menschen nämlich für rassistisch. Die schwarzen Gesichter auf ihren Produkten Rüfeis Lipondorfes und Orafeis Blockheelsandals erinnern viele an die Zeit von Blackfucking. Musik Weiße Menschen schminden sich das Gesicht dunkel, um Afroamerikaner zu verspotten. Sind auch die Schuhe von Katy Perry solche Karikaturen? Internet-User sind geteilter Meinung. Ihre Kritiker schreiben, andere Nutzer dagegen finden, tatsächlich hat Katy Perry die beiden Paare inzwischen vom Markt nehmen lassen. Musik Sie entschuldigte sich zudem öffentlich, hältst du die Schuhe für rassistisch? Stimme unten ab. Musik 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 Musik